Hallo und Herzlich Willkommen bei Red Dog Gimbal. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Azur-Line. Ich habe mir das Spiel gerade schon mal heruntergeladen. Dann habe ich meinen alten Account gesucht. Ich habe den nicht gefunden. Ich werde es gleich nochmal kurz probieren. Ich musste den ersten Kampf schon machen, weil es geht hier los. Facebook. Ich werde es sch Vander stattfindet. Ich werde es nicht empfiegt. Ich werde es nicht empfiegt. Was ist das? Und dann? Was hat doch hier? Brauch ich nichts. Also haben wir hier. Das ist da, wo ich auch gerade fahre. Na dann. Na dann. Fangen wir jetzt nochmal wieder vor Neujahr. Hmm. Ich brauche da mal das Zeichen. 1, 2, 3. Ok, gut. So, dann geht es jetzt mal los. Ich brauche das hier. Fein geschaltet, ja. Schon meine Dädi fertig. Ich brauche das jetzt. Ich brauche das hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Damals, wo ich noch klein war und am Atari gespielt habe, wo unberrückte ein Flugzeug war und von oben kamen die Flieger. Wie hieß das? 1946? Ich weiß es nicht mehr. Ich finde es so eine Art das Spiel. Das ist die Flieger. Wie ist das? Okay Und der letzte Boss und dann schauen wir mal nach dem Fest und dann ist es vorbei Okay 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 Nice, nice, nice. Dann nochmal schnell die Sachen einsammeln, die ich hier freigespielt habe. Das sind die dailies, die sind hier. Genau, wie viele dailies das sind. So jetzt. Ich würde mal sagen, es sind viele. Ich hole mir jetzt noch schnell mein Ticket ab. Oh, ich bin schon Level 13. Eine Stunde spiele ich gerade. Naja, manch einer wäre wahrscheinlich noch weiter. Am Anfang kam ich ja noch nicht so richtig zurecht damit. So, da haben wir jetzt das Ticket abgeholt und ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. So. So.